Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin bei 61.700 US-Dollar, wenig Veränderung im Gegensatz zu gestern. Wir hängen weiterhin an unserem Widerstand fest, das heißt an unserer Weekly Supply, die werden wir uns gleich nochmal angucken, andererseits auch an unserem Pivot und wir haben diesen WIC bei 64.400 US-Dollar immer noch nicht abgeholt. Deswegen verschieben wir das Szenario mal so ein bisschen nach drüben, könnten aber möglicherweise auch schon eher in den möglichen Short-Trade reingehen. Bitcoin wird sich dann alles heute zeigen, wir haben ein bisschen News aus den USA, wir werden auch mal ein bisschen wieder auf die Stock-Märkte gucken, natürlich auch auf die Forex-Märkte und auch mal auf Ethereum. Also wir haben ein bisschen was anzugucken, Altcoins müssen wir schauen, gefällt mir alles momentan noch nicht so wirklich, also sehr, sehr volatil vor allem bei den Altcoins, aber sobald Bitcoin irgendeine kleine Mini-Bewegung nach unten hin macht, crashen die Altcoins sofort nach unten hin. Also das ist extrem gefährlich, außerdem habe ich ja gestern schon dazu gesagt, Funding-Rates, da werden wir jetzt gleich nochmal drauf blicken und werde ich auch nochmal was dazu sagen. Bevor wir hier durchstarten, lasst das Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein, der Link dazu ist kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr alles traden könnt, Krypto, Forex, Stock-Märkte, alles mögliche, kommt gerne zu BingX, den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und momentan gibt es hier auch ordentlich Anmeldeponi. Also testet es gerne aus und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit dem Video. 61.800 US-Dollar. Nachdem wir gestern hier oben wieder zurückgewiesen wurden, also diese orange Linie, ich gehe mal hier ganz kurz in den 4-Stunden-Time-Frame, ist unser Pivot R4. Ist natürlich der alte Monats-Pivot, wir haben jetzt Monat März, das heißt die Pivots sind wieder neu angerichtet und das heißt wir haben auch hier neue Pivots anzugucken und interessanterweise ist unser neuer Pivot für diesen Monat genau bei 69.772 Dollar, das heißt unser altes All-Time-High. Also das ist der nächste dicke Widerstandsbatzen, wir sind aber natürlich, wenn wir uns jetzt mal auf die größeren Timefilms reingucken und da haben wir auch schon diese Woche mal reingeguckt, hier oben, das ist unsere Weekly Supply Zone, also hier dieser Batzen da von unserem All-Time-High, diese ganze grüne Box, das ist eine Widerstandszone, da wurden wir jetzt die letzten Tage immer wieder zurückgewiesen. Viel Volumen ist da oben eigentlich nicht mehr, es ist sehr, sehr viel Short-Liquidität, die natürlich auch dafür genutzt werden kann, um theoretisch nochmal höher zu pumpen, das heißt locker mal in dem Bereich ums All-Time-High oder sogar höher. Da wird es dann auch wieder interessant, wo unser nächster Pivot dann für diesen Monat lässt, der liegt bei 78.000 US-Dollar, das heißt es wäre dann so die nächste Möglichkeit, wo der Kurs dann nochmal hingehen könnte, aber das sind alles Spekulationen. Und wie gesagt, jetzt mal für den Monat im Blick behalten, unser gesamter Pivot, also unser Durchschnittspivot liegt bei ungefähr 55.000 US-Dollar. Das behalten wir mal so im Blick, wollte ich nochmal Bescheid sagen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir unsere Liquidität hier oben kurzfristig bei 64.000 US-Dollar noch nicht holen können, also gestern der Markt nicht wirklich sonderlich bullisch unterwegs gewesen, wir sind hier immer wieder an diesem Widerstandsbereich, wie gesagt, zurückgewiesen worden und dann ging es eben erst einmal ein bisschen nach unten in so einer kleinen Seitwärtsphase. Das haben natürlich auch die Altcoins ein bisschen genutzt, wenn ihr so seht am Rande, alle so 6-7% teilweise im Plus, aber dann kam dieser gleiche Abverkauf und die Altcoins sind sofort wieder nach unten hingejumpt. Merkt man natürlich auch teilweise an den Funding Rates, die momentan wieder sehr, sehr hoch sind oder weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. Wenn ihr euch das anguckt, das sind zwar teilweise jetzt wieder hier unter 0,1%, aber es läppert sich und da kommen ordentlich Gebühren auf euch zu. Das heißt auch, wenn ihr, ich meine mal bei unseren Trades ist es meistens so, dass wir mit 3er bis 5er Hebel reingehen, aber es gibt auch viele Leute, die mit Risikoeinheiten traden, das heißt, die gehen dann hier mit 50x rein, 20x rein und umso höher sind natürlich eure Gebühren und das müsst ihr alles in euren Trades bitte mit beachten. Also denkt jetzt nicht nur, weil der Kurs zu 1% steigt, ey Leute, ihr habt auch noch extrem hohe Fundinggebühren und die werden in einem Bullrun noch größer. Da haltet es immer ein bisschen im Hinterkopf, deswegen zeige ich euch jeden Tag noch mal immer diese Tabelle, wie momentan die Funding Rates stehen. Momentan sind sie weiterhin sehr, sehr hoch. Das heißt, es ist auch die Möglichkeit, dass hier sehr viele Longs liquidiert werden könnten. Auch das Open Interest weiterhin sehr, sehr hoch, wobei es hier momentan auf manchen Börsen sogar ein bisschen runter geht. CoinEx heute überragend mit 26% im Plus. Ist für mich weiterhin immer noch so ein kleines Warnsignal. Ansonsten, wie gesagt, Kurs relativ human momentan, eher so eine kleine Seitwärtsphase. Wir können mal, wenn wir uns das FIP-Level ziehen, von unserem Top, was wir bis jetzt gebildet haben, bis zu unserem Korrektur-Level, können wir uns das mal ganz kurz angucken, sehen wir hier, okay, der Bereich um 62.300, 62.500 US-Dollar liegt hier so das kleine Golden Pocket, wo wir eventuell mal im Auge behalten könnten für einen möglichen Short-Trade. Wir haben ja auch heute noch ein bisschen News aus den USA, zumindest leichtere News. Einkaufsmanager-Index, komischerweise alles heute um 16 Uhr, was natürlich auch so ein bisschen die Stimmung in den USA widerspiegelt. Gestern, die Zahlen waren relativ human, also hat es auch nicht für größere Abverkäufe gesorgt. Aber das sollten wir mal ein bisschen im Blick behalten. Trotzdem, dieser WIG hier oben ist eigentlich momentan mein Short-Ziel Nummer 1, die 64.4. Und hier würde ich dann eher mit einem ganz, ganz engen Stop-Loss derzeit arbeiten. Wenn wir dann mal auf den Daily-Time-Frame nochmal ganz kurz reingucken, wie sieht es da aus? Also wir haben nur noch so ein WIG hinterlassen gestern. Wir haben leichte Bearish Divergences hier über all das Volumen, ist trotzdem noch krass. Also ich würde momentan wirklich ganz, ganz genau überlegen, ob wir Short gehen. Wie gesagt, das ist jetzt für mich momentan so die einzige kleine Möglichkeit, wo ich sagen würde, entweder hier oder dann eben das Top hier oben. Ansonsten ist einfach blind in den Markt reinschorten auf eine Korrektur hoffen. Für mich momentan absolut tabu, egal wie hoch der RSI ist. Es macht zu wenig Sinn, hier einfach blind in den Markt reinzugehen. Eher mit Bedacht und dann auch mit Bedacht einzukaufen. Für mich weiterhin, klar, Korrektur kommt früher oder später. Ich glaube, da sind auch die meisten von euch überzeugt. Wann genau, weiß einfach keiner oder kann keiner zu 100% einfach derzeit sagen. Für mich die nächsten Einkaufszonen wären dann entweder hier bei 50k noch einmal. Ich denke aber, dass wir auf jeden Fall nochmal unter 50.000 US-Dollar auf jeden Fall gehen. Und dann wären es hier 45 und 40k. Das sind die nächsten Spot-Einkaufszonen für mich und möglicherweise auch die letzten Long-Möglichkeiten, bevor wir uns dann wirklich in Richtung 100.000 US-Dollar verabschieden. Aber wird sich zeigen, 12k sind ja bei vielen immer noch möglichen Play drinnen. Also abschreiben tut man lieber nichts. Aber je nachdem, wie die Wirtschaft oder wie lange die Wirtschaft so am Laufen gelassen wird, kann ein Markt länger surreal bleiben, als viele weitere denken. Ist einfach so. Aber gut, warten wir mal ab. Wie gesagt, dieser Pivot R1, sehr, sehr suspekt, dass er genau an unserem All-Time-High hier oben ist. Aber gut, schauen wir mal, ob der überhaupt gehittet wird. Gehen wir rüber zu Ethereum. Auch Ethereum hat jetzt so langsam so leichte Probleme zumindest. Wir sind im Golden Pocket hier angekommen. Der letzte R4 wurde nicht mehr angetestet im Gegensatz zu bei Bitcoin. R1 haben wir bei 3.800, den normalen Pivot hier bei 3.000 und den S1 bei 2.500, der auch zufällig hier unten mit unserer kleinen Ineffizienz noch übereinstimmt. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Überschneidungen für diesen Monat, die es auf jeden Fall anzugucken gibt. Wie gesagt, Golden Pocket wurde hier bei Ethereum, wenn wir uns das mal auf dem Daily angucken, noch nicht überschritten. Wir haben zwei Wigs bekommen, schön und gut, aber wir haben noch keinen Schlusskurs darüber bekommen. Das heißt, für mich ist dieser Fahrplan hier immer noch valide, dass wir hier zwischen 2.400 und 2.500 US-Dollar auf jeden Fall noch einmal abstürzen könnten. Hier gilt das Gleiche. Hier würde ich ebenfalls überhaupt nicht short gehen. Volumen einfach noch zu krass. Klar, Volumen geht jetzt in den letzten Stunden zurück. Trotzdem traue ich dem ganzen Mist nicht. Wir haben noch etwas Luft hier nach oben bis knapp 3.560, 3.570. Und wenn wir das ganz, ganz human noch hier angehen, haben wir sogar Luft bis hier oben 3.680 US-Dollar. Das wäre dann vielleicht die erste Möglichkeit, wo ich sagen würde, okay, short. Ansonsten ist mir das Ganze hier ehrlich gesagt etwas zu risikoreich bei Ethereum. Dann, was haben wir noch? Gehen wir mal rüber zu Forex-Märkten. Wir bewegen uns langsam, aber sicher. Vielleicht kommen wir heute noch zu unserem Entry beim Euro und gegenüber dem US-Dollar, dass wir langsam hier unten unser Short-Szenario reinkriegen, beziehungsweise unser Long-Szenario. Sorry, Short wurde diese Woche nicht abgeholt. Sind wir leider nicht mehr so hoch gekommen. Aber, wie gesagt, unser Long kann im Laufe des Tages heute noch abgeholt werden. Dann, Gold begibt sich auf Reisen, nachdem unser Short verdoppelt wurde. Der liegt hier momentan bei 2.060 US-Dollar, der Stop-Loss. Momentan die Ineffizienz gefischt, aber alles gut momentan noch. Wir waren eh auf Stop-Loss-Entry und der Long läuft weiterhin. Da werden wir uns dann aber auch langsam hier irgendwo dann orientieren, dass wir hier den nächsten Take-Profit bei 2.060 oder 2.070 irgendwo um den Dreh rum nehmen. Momentan, ansonsten die Stockmärkte weiterhin sehr, sehr uneigen, meiner Meinung nach. Es ist sehr, sehr ruhig geworden die letzten Tage. Ihr seht auch hier, die Seitwärtsphase gefällt mir überhaupt nicht. Könnte auch auf ein mögliches Top hinweisen, aber das haben wir die letzten Wochen immer mal wieder gedacht. Vielleicht bringen da die News irgendwelche Auswirkungen. Wir hatten aber auch gestern schon, irgendwann habe ich gelesen, dass Grayscale ein bisschen mehr verkauft hat wieder, was auch dazu führen könnte, dass der Verkaufsdruck wieder ein bisschen mehr zunimmt. Ich meine, man muss jetzt auch mal überlegen, die ganzen ETFs sind seit 50k am Start, haben dann noch einen Dip miterlebt auf 38k. Das heißt, auch die ETFs sind mittlerweile teilweise 50% im Plus, also von ihren Bitcoin-Käufen. Da muss man mal gucken, wie lange das noch gut geht. Korrektur wird kommen, früher oder später. Darauf könnt ihr euch einstellen. In jedem Bullenmarkt gab es Korrekturen zwischen 20 und 40%. 20 und 40% völlig human. Alle werden ausrasten und wir werden das einfach zum Kaufen einfach nochmal nutzen. Ansonsten, weil auch die Frage nach Altcoins kam, halte ich mich momentan zurück. Es gibt wenig Altcoins, die bisher noch nicht wirklich gepumpt sind. Dazu zählt, Algo ist für mich noch so ein Ding, wo man sagen könnte, okay, da kann man eventuell noch rein investieren. Ansonsten ist der Rest eigentlich schon relativ weit oben und würde ich erst einmal ein bisschen Abstand nehmen. Gut, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später noch zum kleinen XRP-Update-Video. Ist ja Freitag, das heißt, XRP kommt auf jeden Fall wieder. Ich denke so 11, 12 Uhr rum und Podcast ist heute auch wieder eine neue Folge dran. Also auf jeden Fall um 12 Uhr oder 12.15 Uhr Spotify, Apple und alles Mögliche anschalten. Würden wir uns freuen. Und ansonsten ein schönes Wochenende oder besser gesagt einen schönen Start in das Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann hören wir uns später zum XRP-Update-Video. Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.